In diesem Video möchte ich aufzeigen, wie wir unser Achssystem an schräge Bauteile anpassen können. Es kommt immer mal wieder vor, dass Objekte nicht gemäss meinem originalen XY-Achssystem ausgerichtet sind. Wir sehen das hier an diesem Spielplatz sehr schön. Wenn ich in Z-Ansicht drauf schaue, dann stelle ich sehr schnell fest, dass dieses Objekt gedreht ist. Anstatt nun das Objekt an sich zu drehen, haben wir zwei Möglichkeiten, mit dieser schrägen Ausrichtung umzugehen. Wir finden auf der linken Seite die Option Nullpunkt. Damit lässt sich das globale Achssystem drehen. Und die Funktion XYZ. Damit lässt sich der Cursor neu ausrichten. Ich fahre mit der Maus drauf. Ich sehe, mit links kann ich die gedrehte Darstellung aktivieren und deaktivieren. Mit rechts kann ich diese definieren. Ich wähle rechts, um die Drehung zu definieren. Werde dann unten nach einer Kante oder zwei Punkten gefragt für die Ausrichtung der neuen X-Richtung. Ich wähle in diesem Fall die Kante des Balkens an und werde dann erneut unten nach einem weiteren Punkt für die Y-Richtung gefragt. Ich möchte die Y-Richtung horizontal behalten, also einfach mit rechts bestätigen und sehe dann schon, dass das Objekt gedreht wurde. Wenn ich nun in der Z-Ansicht drauf schaue, dann hat sich das globale Achssystem dem Objekt angepasst. Ich kann nun sehr einfach dieses deaktivieren und jederzeit wieder aktivieren. So kann ich während dem Arbeiten switchen und mich der Situation anpassen. Alternativ zum Drehen des globalen Achssystems lässt sich mit der Funktion XYZ der Cursor drehen. Ich wähle auch hier mit rechts Cursor definieren. Das Vorgehen ist dasselbe. Ich wähle zuerst die neue Kante für X aus. Ich könnte wieder Y wählen. Ich wähle aber einfach Rechtsklick und habe nun entgegen dem ersten Vorgehen nicht das globale System gedreht, sondern nur der Cursor. In einem zweiten Beispiel möchte ich aufzeigen, wie elegant sich nun das Cursor drehen beim Einfügen von Katalogteilen nutzen lässt. Ich möchte hier Mitte des Sparrens einen Balkenschuh einfügen. Ich wähle N für Katalog. Wähle Favoriten und finde hier einen Balkenschuh. Und sehe dann schnell, dass ich den zwar absetzen könnte, danach aber in zwei, drei Schritten ausrichten müsste. Ich breche hier ab. Ich wähle nun mit einem Rechtsklick das Cursor drehen aus. Wähle die Kante des Sparrens. Bestätige mit rechts. Ich sehe dann gleich, dass sich der Cursor gedreht hat. Und wenn ich nun erneut den Balkenschuh einfügen möchte, dann ist dieser gleich korrekt ausgerichtet. Ich wähle nun M für Mittelpunkt. Setze den auf die Mitte des Sparrens und habe den soweit korrekt an die Situation angepasst, ohne manuelles Nachbearbeiten. Ich hoffe, diese zwei Funktionen helfen euch bei der Arbeit mit schrägliegenden Bauteilen.